Hallo und Willkommen zurück zu... Tekken 6 Und ich merke, es leckt ziemlich stark, also ich muss nochmal die Aufnahme kurz abbrechen, weil ich habe den... Ich habe das Teil hier nicht neu gestaltet, also bis gleich. So, und dann kann es auch weitergehen und ich weiß immer noch nicht warum ich nur auf einem Ohr was höre. Ich habe mit Freunden gerade genug getreten und ich hab die klar und deutlich... Ja, warum jetzt nicht? Das ist doch... Auf jeden Fall, wir hatten nur noch... Ja, wir hatten nicht mehr viele, ne? Safina... und dann... Jin... Und dann noch die Bonus-Garten, ja, obwohl... Safina, Jin... nehme ich mir wahrscheinlich doch viel lieber fürs Finale auf. Obwohl, nie... Jin... nehme ich mir fürs Finale auf. Und... Devil Jin... Ich mache das nämlich hier ganz anders jetzt. Denn... Ich mache jetzt einfach nur... Safina. Und mal sehen. Ich bin doch so ein Hohlkopf. Jetzt bin ich in der Arena. Ich bin doch so ein Hohlkopf. Ja, dann gucken wir mal, wo ist die... Nächste... Safina. Ah... Ich habe total vergessen... Das zum... Einzustell... Na egal. Safina wurde in einer Linie aus Kämpferin gegen das Böse geboren. Eine Blutlinie, die weit in die Vergangenheit zurückreichte. Zurück reicht. Dank unserer gewöhnlichen... Spiridueller Fähigkeiten wurde sie bereits jung zu Kriegerinnen ausgebildet, um das Grab der Königsfamilie zu beschützen. Als das Grab von einer schwer bewaffneten ausländischen Einheit attackiert wurde, überwältigte Safina alle Angreif... Ver... 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 Daraufhin... Er nannte sie der Familienälteste zum einzigsten Assassin des... Kr... 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 Als sie dies hörte, begab sich Safina auf die Reise in ein Land in den fernen Osten, wo die bösen Sterne einander treffen soll, um den Lauf der Dinge Einhalt zu bieten, bevor es zu spät ist. Okay, mit Safina, ich glaube, ja, das müsste ich noch einigermaßen hinbekommen, mit der zu kämpfen, aber... Ich hasse diesen Azazel, ab sofort nenne ich ihn Asozial. Ja, Mr. Asozial wird voll in den Arsch getreten, aber erstmal kommt so Raven. Der Lieblingsninja. Da-da! Komm her! Was mach ich da? Ach egal, Hauptsache es tut weh. Das sah mal geil aus. Ich weiß nicht, was ich da mache, aber sieh zu geil aus. Schlangenlady. Okay, get ready. Okay, get ready. Nein! Das ist auch cool! Das ist auch cool! Boah! Das ist aber irgendwie eklig. Auch wenn sie... ...einigermaßen gut aussieht, aber... ...eine, die sich so verbiegen kann, ist mir unheimlich. Wenn sie ein Mann wäre, könnte sie sich selbst einblasen. Das mein ich ernst. Ich fache, Schmarr, 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 schmarr. Die... Ich ging... ... Ich ging... Ich... Stopp, ich bin immer auf... So geht's. Hihihi, was zur Hölle, Alma 2. Oh, sorry. Oh, ich hab ne Nachricht in Skype. Naja, die kann ich ja nachher, hier nach, äh, mir anschauen. Asozial geht's erst mal, voll an den Kragen. Au. Na komm, stirb. Nein, nicht ich sterben, du sterben. Nein, was zum, nein. Nein, das war so klar, das war so klar. Asozial macht sich, macht allen Namen gerecht hier. Übrigens muss ich ja noch überlegen, welchen Kerl ich als nächstes Haus spiele. Ich hab ja... Auswahl. Wo willst du hin? Ich will nicht. Nein, 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 das war so knapp. Get ready for the next battle. Ach, so knapp krieg ich das doch nie wieder hin. Der macht mich doch jetzt Kleinholz. Mr. Asoza, äh, Asozial. Nein, nein, nein. Hm, hm, hm. Hite! 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 Haaaahhhhhh! Hiiiihhhhhh! Hreak! Nein! Nein, 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 nein... Ah, leck du mir heute... Fick dich du bleib... Viel Spaß bei der Katszene... You... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde dann mit einer der heutigen Charaktere leben außer... Verschieben. Au. Und... Absticht mir! Nein, nein, nein. Nein. So, der werde auch versorgt. Jetzt kommt natürlich der letzte Gegner, vor dem ich natürlich wie immer Schiss habe. Ich kann denn hier einfach tot umfallen jetzt, wenn das Match beginnt. Da komm her, Asante. Da komm. Alter. Alter. Nein, 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 nein. Yes! First try, first try, first try! Viel Spaß bei der! Ja? Coolen Cutscene! Nein, nein, nein! Hey! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Habe ich es nicht gesagt? Dieser Yochimitsu sollte mal an solchen Turnieren teilnehmen. Das wäre geil. Aber ich glaube, das los wird nichts. Ich würde mal sagen, das war's. Mit diesem Charakter. Wir sehen uns beim nächsten Charakter. Also bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Und ich habe mich für Roger Jr. entschieden. Danach kommt der Baum dran. Ich habe den ein bisschen ausgesucht. Roger Jr. und seine Mutter nahmen am 5. The King of Iron Fist Tournament teil. Um Roger zu finden. Nach vielen Schwierigkeiten fanden sie ihn schließlich. Allerdings lebte Roger gerade ein unbeschwertes Leben und verschwendete keinen Gedanken an seine Familie. Die Mutter von Roger Jr. verschlug es beim Anblick ihres Ehemanns die Sprache und sie entschied sich, endgültig sich von ihm scheiden zu lassen. So lebten Roger Jr. und seine Mutter allein. Das Leben ohne Vater war hart und einsam. Eines Tages wurde schließlich das sechste King of Iron Fist Tournament angekündigt. Roger Jr. und seine Mutter entschlossen sich zur Teilnahme um ein unbeschwertes, finanzielles, finanziell gesichertes Leben führen zu können. Get ready for the next battle! Get ready for the next battle! Er kann jeden Charakter machen und... Er kann jeden Charakter machen und... Hi Brian! Tschüss Brian! Aber was ist mit Alex? Ja, der ist glaube ich im Tag in Tag in Tag in Serie dabei. Achja und jeder Charakter wird da wahrscheinlich sein Filmchen haben und das werden viele Charakter sein. Ich hoffe, die sind alle... Ja, die müssen alle synchronisiert sein, ne? Das wäre cool! Denn die aus Tag in Tag Tournament 1 waren langweilig. Hat man sie einmal gesehen, hatte man die Schnauze voll von denen. Erst ab Tag in 4 fing das richtig geil an. Ich glaube, ab da feierte Tekken noch die größten Erfolge. Denke ich mal, weil ich weiß nicht wie groß die Erfolge von Tekken als bis gleich waren. Oh, Katsu ja schon tot. Jetzt kommt Jin, danach kommt Asozial. Genau, Asozial. Jin 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 Jin. Du solltest deparieren kaum, ich nur irgendwie aus meinem Vertrag. Ach, das nicht der grandes. Komm hier! Ich bin Runge Junior, und ich bin... Ja, ich habe sie gewonnen, aber nächste Kampf... ... war ein bisschen hart... Was, 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 glaube ich jetzt nicht? Das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt nicht, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht gemacht, viel Spaß bei der Cutscene. Oh man. Oh man, oh mein Gott, einfach nur episch. Also bis, bis Mogu-Chin. So, und dann nehmen wir auch den letzten Charakter in dieser Mogu-Chin-Vierer-Kette. Gut, die Staffina hätte ich wahrscheinlich doch eher am Schluss benutzen sollen. Ah naja. Mogu-Chin ist bei mir übrigens weiblich. Mogu-Chin ist eine älterne Trainingsgruppe aus einer 2000 Jahre alten Eiche. Mogu-Chin spürte die Anwesenheit eines lauernden Böhren und ist erwacht, um die Welt vor diesem zu bewahren. Mehr ist zu der Geschichte nicht zu sagen. Also, die mussten eine Geschichte für ihn erfinden. Es ist einfach nur ein Charakter, der alle Moves beherrscht. Und ich finde Com-Bot besser als Moko-Chin, um ehrlich zu sein. Warum? Weil er hergestellt wurde und ne Story aufweist. Eddy oder Christy. Und wir müssen nie Neo. In meinen Augen immer noch so Leonie. Es ist eindeutig Christy, weil... Ich komme mit dem Moves nicht so gut klar. Oder ist es Eddy? Ach, die spielen sich gleich! Ne, es ist Eddy, weil der Anfang von... Von, ähm... Wie er reinkam. Das... Äh, Christy machen es aber auch. Wum. Es hatte was männlicheres. Ach, egal. Mal sehen, wenn ich jetzt bekomme. Es ist ja immer das Lustige. Ich muss mit jedem Kampfsteen zurechtkommen. Also, wer Moko-Chin nimmt... Muss wirklich mit jedem Charakter gut sein. Denn es kann sein, dass man aus dem Maul bekommt. Wer bin ich diesmal? Oh! Seh ich diesmal nicht mal. Äh, ich kann das nicht erkennen. Ich wusste gerade wirklich nicht, wer ich bin. Aber egal. Welchen habe ich diesmal? Oh! Gin in Gin! Könnt ihr schon mal einen Vorgeschmack haben auf das, was euch... ...blüht, wenn ich Gin hab? Nämlich das blüht. Kasuja! Ich glaube, das wird noch ein hartes Unterfangen. Aber ich weiß nicht, soll ich Devil Gin vor Gin nehmen, weil... ...ich finde, Gin's Ende ist viel interessanter. Ich nehme erst Devil Gin. Nun, komm. Mh... Sauber! Mokujin macht auch den ganz klein... ...fällig hier. Es war sogar ein schneller Part. Ich würde sagen, Spielsp... Ja, bei der Cutscene. Ich glaube, ich habe schon früh den Mikro ausgelöst. Ich würde sagen, Spielsp... Ich würde sagen, Spielsp... Ich würde sagen, Spielsp... Ich würde sagen, Spielsp... ...tecken... ...und ein paar andere Projekte am Laufen habe, die wichtiger sind. Und ich würde mal sagen, das war's für heute. Von diesem Part. Der sehr erfolgreich war, finde ich. Also... Ich habe Azazel... ...glaub keine Chance gelassen. Und heute... ... immer wieder gelassener gekämpft als... ...letztens. Boah! Auf jeden Fall... Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Euer Zwinita. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.